Hallo meine Damen und Herren. Nach wie vor hat ein sehr großer Teil der CS-Community Probleme mit der Cheaterei. Und darum möchte ich dir heute zwei Tipps an die Hand geben, wie man selbst dafür sorgen kann, dass man auf weniger Cheater trifft. Viele von euch werden es sicherlich schon kennen, aber es gibt eben auch sehr viele, die da überhaupt keinen Plan von haben. Meistens, weil sie erst ganz frisch mit dabei sind. Und darum dieses Video. Also was kann ich machen, wo es doch wohl wahrscheinlich macht? Die Säcke, dass ich auf weniger Cheater treffe. Zwei Optionen, let's go. Green, was ist dein Problem, Green? Oh nein! Green! Es ist kaputt! Das sind nämlich alles Umstände für die Cheater. Erstens, du musst dich extern anmelden. Wer hat schon Bock darauf, sich irgendwo anders anzumelden? Vor allem, wenn er doch mit seinen Cheats einfach in Premiere oder Matchmaking schon rumcheaten kann. Auf eSportl und Co. müsst ihr euch mit eurem Steam-Account, mit dem ihr spielen wollt, eben extra anmelden. Grund Nummer zwei, warum sich da weniger Cheater rumtreiben, ist das Anti-Cheat. Die meisten externen Seiten haben ein eigenes Anti-Cheat, das auf jeden Fall deutlich tiefer greift als Wack. Wobei das ja auch scheinbar nicht so schwer ist. Und die Cheater haben dann somit den Umstand, dass sie schauen müssen, funktionieren meine Cheats überhaupt auf dem Anti-Cheat? Oder muss ich mir neue Cheats runterladen oder sogar kaufen oder wie auch immer beschaffen? Damit ich dann zum Beispiel auf Face-It cheaten kann. Und der letzte Punkt und somit ein weiterer Umstand für die Cheater ist, dass auf diesen externen Seiten meistens Overwatch-Programme oder ähnliches laufen. Das heißt, wenn hier jemand cheatet, dann wird der reported von den Spielern und es schaut sich dann auch tatsächlich ein Mensch an und entscheidet sich dann zum Beispiel gegen den Cheater, der wird gebannt und dann ist er weg von der Seite. Diese ganze Bannerei fehlt ja aktuell in CS2. Früher konntest du Overwatch machen, die Leute wurden gebannt und das war nice. Jetzt kann man ja nichts in der Hinsicht machen. Und da die meisten Seiten irgendeine Verifikation brauchen, wie zum Beispiel auf eSportel, da musst du dich mit einer Handynummer halt registrieren, ist es eben auch nicht so einfach, dann mit seinem nächsten Account auf die Seite zu kommen. Man braucht halt eine weitere Nummer. Keine von diesen drei genannten Hürden ist unüberwindbar. Na klar, aber es sind eben einfach Hürden. Und wer macht schon gerne freiwillig extra Arbeit, wenn er doch einfach ohne irgendeinen Extraschritt in Premiere oder Matchmaking hacken kann? Das ist der Grund, warum ihr auf externen Seiten deutlich weniger Cheater antrefft als eben in CS2 selbst. Und Lösungsvorschlag Nummer zwei ist der Trust-Faktor. Und ich sage hier direkt vorweg, ja, wenn man auf einem sehr hohen Rank spielt, also zum Beispiel 20.000 und darüber hinaus, dann hilft dir der Trust-Faktor auch nicht mehr so viel, weil da oben sind nicht so viele Leute. Und da hat der Faktor es natürlich schwer, Leute für dich zu finden, die auf einem ähnlichen Trust-Faktor sind wie du, weil da einfach insgesamt nicht so viele sind. Und wie wir wissen, sind da oben halt viele Cheater. Das heißt, da kann der Trust-Faktor nicht so viel ausrichten. Aber natürlich kann es nicht schaden, einen guten Trust-Faktor zu haben. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Wir wissen aber auf jeden Fall aus erster Hand, dass es schaden wird, wenn dein Trust-Faktor schlecht ist. Über die Jahre sind die Bubbler ziemlich stark gewachsen und wir haben auf so gut wie allen Elen halt Leute sitzen. Das sind jetzt die Menschen aus meiner Freundesliste. Oben haben wir nicht allzu viel, da sind auch einige gefallen. Wir hatten, glaube ich, Larry, der hier gar nicht mehr... Ah, vielleicht hat er seinen Rank verloren wegen Inaktivität, das kann sein. Der war, glaube ich, auf 21.000, 22.000, vielleicht mal kurz auf 23.000, aber höher nicht. Azkaban war auch schon über den 20.000. Aber wurscht. Was ich eigentlich sagen möchte ist, natürlich sind unten in den unteren Elo-Bereichen auch Cheater unterwegs. Auch da bekomme ich unter meinen Videos zum Beispiel immer wieder geschrieben, hey, ich bin auf, was weiß ich, 12.000 Elo und bei mir ist jedes Spiel vercheatet. Und speziell diese Menschen habe ich vor drei oder vier Wochen angesprochen und habe gesagt, hey, komm doch bitte zu mir in den Stream, damit du dir a. angucken kannst, wie bei uns die Spiele ablaufen. Also, dass wir halt einfach wenig umgecheatet werden, wenig bis gar nicht, um zu sehen, wie es läuft, wenn es gut läuft. Und spiel gerne bei uns mit, dass wir schauen können, ob wir a. mit dir zusammen umgecheatet werden oder b. du vielleicht unser Glück mit abbekommst und dann auch einfach mal ein Cheater-freies Spiel spielen kannst. Wir hatten jetzt schon einige neue dabei, die mitgespielt haben und aus dem Spiel rausgegangen und gesagt haben, Mensch, das ist ja wirklich nice, das fühlt sich so gut an, einfach mal normal spielen zu können und nicht andauernd umgepimmelt zu werden. Aber wir haben durch diese Experimente auch vermehrt Cheater auffinden dürfen und die meisten Fälle davon waren auch wieder sehr beschreibend für das Trust-Faktor-System. Es kommt jemand rein, wie vor kurzem z.B. Richard oder Richard, auch jemand ganz Neues, er sagt, er wird oft umgecheatet und ob ich weiß, woran das liegt und ob er mitspielen kann. Ich habe gesagt, ja klar, komm ran, wir daddeln rein. Und immer, wenn jemand brandneues mit reinkommt, schaue ich natürlich auch nach den Steam-Accounts. Und bei Richard ist mir wirklich kurz die Kinnlade runtergefallen. Ich mache seinen Account auf, ich glaube, ich habe kurz nichts gesagt, habe danach gesagt, okay, das ist kein Wunder, dass du immer umgecheatet wirst. Und habe auch direkt meinen drei anderen Mitspielern gesagt, hey, wir werden jetzt hier mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen Cheater treffen. Denn der Account von unserem neuen Mitspieler sieht so fürchterlich aus, als wenn er selbst cheaten würde. Richard, ich hoffe, das ist für dich in Ordnung, wenn ich es kurz zeige, das ist halt so ein schönes Beispiel. Aber es war ja sowieso live, von daher hast du bestimmt nichts dagegen, das haben wir uns ja auch live alles angeguckt. Und da haben wir dann natürlich, wie eben schon erwähnt, einen Cheater gehabt. Ja, das habe ich sofort sagen können, dass wir hier zu, ich weiß nicht, 70, 80 Prozent wohl einen bekommen werden. Das hier ist Richard. Er hat sich noch ein bisschen um seinen Account gekümmert danach. Der sah noch viel, viel wilder aus. Also es war eigentlich nichts hier, bis auf seinen Bann. Und ja, ich habe gesagt, dein Account sieht halt einfach aus wie der eines Cheaters oder Smurfers. Und das Trust-Faktor-System im Hintergrund funktioniert ähnlich. Es guckt sich Accounts an und sagt sich, ist das ein Cheater? Einfach nur so vom Ausbau her des Accounts oder nicht? Einfach so aufgrund der Aktivitäten auf Steam selbst, als Steam-Community-Mitglied, so hat das Valve übrigens auch selbst und offiziell beschrieben, wie der Trust-Faktor halt funktioniert. Und wenn wir als normale Menschen schon sagen, das sieht aber nicht gut aus, obwohl das mittlerweile sogar geht, wenn man sich diesen Bann jetzt weg vorstellt, dann, es ist zwar noch sehr, sehr low, wie gesagt, der Account ist auch aufgegeben, aber man sieht immerhin etwas. Ich glaube, es war nur das Bild, dann irgendwie eine Beschreibung, in der stand, I'm not cheating, haha oder sowas, ich weiß nicht mehr genau. Dann natürlich halt der Bann. Ich glaube, weniger Spiele und irgendwie ein paar Gruppen und eine war einfach so ein nackter Arsch oder sowas. Also der Account sah nicht, nicht besorgniserregend aus. Nach Richard kamen noch viele andere in die Streams, die sich beschwert haben, dass sie halt immer umgecheatet werden und was man da machen kann und hin und her. Und während sie bei uns halt zuschauen, merken die dann alle, hm, ihr werdet irgendwie nicht umgecheatet. Wie kann das sein? Weil das sind dann auch Leute, die auf unserer Elo sind. Also man kann doch nicht diese Elo-Karte ziehen von wegen, ja, ich bin auf 30.000, das ist ein Elo-Cheater. Und da habe ich dann eben angefangen, so ein bisschen Steam-Profil-Coaching zu machen beziehungsweise mir einfach mal das Profil schicken zu lassen halt und drauf zu gucken, einfach mal drauf gucken. Und bei 90 oder 95 Prozent der Leute, die sagen, sie werden ständig umgecheatet, ist es überhaupt kein Wunder. Weil der Account aussieht, als hätten sie dem einen Cheater abgekauft. Bei vielen ist einfach nur Counter-Strike drauf, sonst nix. Also das ist praktisch der Cheat-Account schlechthin. Oder zumindest Smurf-Account. Was, wenn ich meinen zweiten Account angucke, meinen dritten Account. Mein zweiter Account, der ist mittlerweile auch sieben oder acht Jahre alt. Da ist natürlich mittlerweile auch schon mehr drauf. Aber mein dritte Account ist nur Counter-Strike. Der ist knallrot im Trust, der ist absolut schlecht. Das ist mein schlecht getrustetster Account überhaupt. Ja, mein Main-Account ist halt, ja, mein Main-Account. Das sieht man, das merkt man an diesen ganzen Zahlen hier. Das sieht man auch am Aussehen des Accounts, wie er aufgebaut ist, was es hier alles zu sehen gibt und was hier alles gemacht wurde über die letzten, ich glaube, 18 Jahre. So ein Account ist halt natürlich für einen Cheater schwer, sich zu ersnacken. Weil man muss für die halt dann schon ein bisschen Geld abdrücken, wenn da fast 500 Spiele drauf sind und so und so viele Spielstunden und so und so viele Pipapo. Auch diese Sachen hier sind, wie bei den externen Seiten auch, nur Hürden. Das kann man alles machen. Mit Zeit und auch ein bisschen Geld kann man sich so einen Account wie meinen auch hinwurschteln. Das ist natürlich an sich kein Problem. Aber warum sollte ein Cheater sich die Zeit und die Mühe machen und das Geld vielleicht in die Hand nehmen, auf so einen hohen Trust-Faktor zu kommen, wenn er doch einfach weiter unten reinschieben kann? Ich sage jetzt zum Ende aber natürlich noch. Erstens, dieses Trust-Faktor-System ist bestimmt nicht perfekt. Zweitens, brandneue Accounts haben auf jeden Fall einen Nachteil. Und drittens, man weiß nicht, woran man ist, weil das System nicht transparent ist. Steam hat einfach nur gesagt, wenn du ein gutes Steam-Community-Mitglied bist, hast du einen guten Trust-Faktor und wenn nicht, dann hast du einen schlechten. Eine kleine Sache kann ich euch dafür noch geschwind an die Hand geben. Auf diesem Main-Account habe ich, wie gesagt, jahrelang durchgeballert, habe keine Probleme gehabt. Einfach chillige Spiele über Jahre hinweg. Doch dann, Anfang des Jahres war das, glaube ich, oder Ende letzten Jahres, gab es doch diese Bannwelle wegen einem Nvidia-Grafikkartentreiber. Und da waren auf meiner Freundesliste irgendwie 20, 30, 40 Prozent der Leute kurzzeitig gebannt für circa 24 Stunden, weil sie halt diesen Fehl-Bann hatten, der dann auch wieder entfernt wurde. Und wir haben an diesem Tag ein Spiel gemacht, ganz normal in CS2 oder halt damals Go. Ich weiß nicht genau, wann das war, aber ich glaube, es war schon CS2. Und wir drücken auf Go und für meine Mates steht oben im Chat auch für mich sichtbar, dass mein Trust-Faktor rot ist. Und ja, wir wurden dann voll umgecheatet. Das war einen Tag lang. Am nächsten Tag, grüner Trust-Faktor, alles chillig, keine Cheater mehr. Und ich hatte nichts verändert an meinem gesamten Steam-Account. Ausschließlich die gebannten Freunde waren das, was sich für 24 Stunden verändert hatte. Daraus schließe ich, dass diese Freundeslisten-Geschichte stark zählt. Macht ja auch Sinn. Jemand, der sehr viele Cheater auf seiner FL hat, ist wahrscheinlich kein gutes Steam-Community-Mitglied. Weil wer ist schon gerne mit Cheater befreundet, oder? Wahrscheinlich auch ein Cheater, ne? Das war für mich ein ungewollter, aber trotzdem gerne genommener weiterer Insight in das Trust-Faktor-System an sich. Freundesliste wichtig. Und die Freundesliste könnt ihr auch sehr leicht checken. Sofern der Dienst nicht down ist. Es scheint zu gehen, man sieht ja bei Friends, da läuft die Eieruhr. Ich hatte schon, dass hier einfach direkt ein Fehler kam. Freundesliste kann nicht geladen werden. Aber jetzt wird sie gleich geladen. Das ist ja jetzt von meinem Main-Account. Den Link zu der Seite ballere ich euch noch in die Videobeschreibung. Wichtig ist, dass ihr hier dann eure Steam-ID eingebt. Das hier ist meine. So, und wenn ich jetzt hier runterscrolle, sehe ich halt hier an der Stelle, zum Beispiel hier unten, dass hier jemand einen Wackbahn hat. Bei AcroStyler wollte ich generell noch klären, wer das genau ist, weil ich habe den schon ewig auf der Liste. Muss gucken, ob das noch jemand von früher ist. Aber ich habe beim letzten Durchgucken bestimmt neun Leute aus meiner Liste entfernt, weil die halt alle einen Wackbahn hatten. Also das muss nicht sein. Und das waren Leute, die ich halt auch nicht mehr kannte. Aber natürlich hat man Ausnahmen hier, wie zum Beispiel Onkel Brate. Den kenne ich halt seit tausend von Jahren. Also seit, keine Ahnung, ich glaube zehn Jahren mittlerweile. Er hat halt irgendwie mal vor Jahren einen Wackbahn in einem anderen Spiel bekommen. Wahrscheinlich in Cod. Und kann auch nach wie vor Counter-Strike spielen. Hat halt einen Wackbahn. Ist nicht so gut für den Stressfaktor. Klar. Also hauptsächlich für sein. Ein paar wackebannte Freunde auf der FL zu haben, ist nicht tragisch. Ich habe jetzt drei, vier, fünf. Okay. Da müsst ihr halt mal durchgucken und ein bisschen aufräumen. Ich will das Video jetzt auch nicht ewig lang machen. Ich habe auch schon einige Videos gemacht zum Trustfaktor an sich. Da habe ich ihnen erklärt, was die Meldungen bedeuten. Wie er funktioniert und wie man ihn verbessern kann. Die sind aber mittlerweile auch recht alt, die Videos. Vielleicht mache ich ja demnächst mal wieder was Neues. Aber ich denke, im Grunde hat es sich nicht großartig verändert. Ja, das sind zwei Möglichkeiten, mit denen ihr eben selbst dafür sorgen könnt, dass ihr auf deutlich weniger Cheater trefft. Falls ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden in den Videokommentaren oder eben auf Twitch. Ich bin jetzt auch gleich wieder live ab 18 Uhr. Denkt dran, aktuell gibt es auch noch das Paracord Knife Boreal Forest Giveaway bei uns. Man kann diese Woche noch Bubble Dollar sammeln und nächste Woche ist es dann offen. Gerade für neue Leute wäre es sehr sinnvoll, so bald wie möglich ranzukommen, damit ihr halt anfangen könnt mit dem Bubble Dollar sammeln. Das ist unsere Stream-Währung. Damit kauft man sich dann die Tickets für das Knife. Das ist komplett kostenlos. Ihr sammelt die einfach beim Zugucken von ganz alleine. Und wir machen jetzt auch noch geschwind ein kleines Giveaway für euch. Wenn ihr aufkommen, weil ihr so süß wart. Und zwar machen wir die USPS Black Lotus. Ach du Scheiße, ist das laut. Ich habe das hier viel zu laut gestellt. Die Black Lotus gibt es heute für euch zu snacken. Ihr schreibt dazu einfach in die Kommentare, ob ihr schon mal auf so einer externen Seite unterwegs wart, wie zum Beispiel in eSportl oder auch auf den anderen Seiten. Wenn das in eurem Kommentar mit dabei ist, seid ihr automatisch beim Giveaway mit dabei. Vielen Dank fürs Zusehen. Ab in den Livestream, meine Damen und Herren. Jetzt geht es gleich wieder los. Ich hoffe, ich kriege das Video davor noch fertig. Es ist jetzt 16 Uhr. Ich habe das gleich fertig. Ja, wir sehen uns dann gleich. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine rickenfette Mutter auf die Instagram-Messe.